Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, einen tollen Start ins Wochenende und eine wunderschöne neue Woche wünsche ich dir. Je nachdem, wenn du dieses Video schaust, such dir einen Satz aus. Ich bin Dani und ich nehme dich mit in meine kleine Auszeit. Was für eine Auszeit haben wir heute? Ja, eine Adventsauszeit. Ich bin die, die im letzten Video gesagt hat, ich habe mich noch um keinen Adventskalender gekümmert. Und da ist schon der erste. Ja, es geht dann doch los. Ich weiß, ihr seht die schon überall. Ich habe mich tatsächlich für einen entschieden von Parfum Dreams. Ich habe noch nie einen geholt. Der ist mir jetzt über den Weg gelaufen. Und ich hatte einen Rabattcode. Ich weiß nicht mehr welchen. Ich schreibe euch aber alles unten rein. Professionell kann ich. Der kostet normalerweise 59,95 Euro. Ich habe ihn für 47,96 Euro bekommen. Also knapp 12 Euro gespart. Ich schreibe euch alles unten rein. Verlinke euch den Kalender, wenn er noch da ist. Wir schauen jetzt gemeinsam rein. Hier steht drauf, es ist der Parfum Dreams Kalender für Frauen. Wir schauen mal, ob das wirklich nur für Frauen ist oder ob das nicht vielleicht jeder benutzen kann. Die Türchen, 24 müssten es sein. Die sind hier so aufzumachen. Heißt, den Thumbnail habe ich euch schon gemacht und mir dabei dieses Riesenteil an den Kopf gehauen. Das habe ich aber nicht fotografiert. Wir machen ihn also auf. Danach sieht er nicht mehr so schön aus. Das ist ein Kalender, den kann man sich hinstellen, nicht wiederverwenden. Denn wie gesagt, die Türchen sind so aufzureißen. Wir schauen mal, wie schnell er aufzureißen geht. Wie gut es funktioniert. Ob ich denn hier schneiden muss oder es so gut klappt, dass ich ein ungeschnittenes Video hochlade. Lasst euch überraschen. Und ich bin mal gespannt. Hier kommt schon irgendwas drauf. Nur so ein bisschen. Also hinten ist er golden. Ich finde ihn an sich schön. Bisschen zu pink für meine Verhältnisse, für meinen Geschmack. Vor allem, wenn meine Haare jetzt gerade so natürlich rot sind. Ich sollte vielleicht nicht so oft neben ihm sitzen. Aber an sich finde ich das Design ganz schön. So schlicht. Ich mag dieses kitschige nicht. Das Rot hätte gerne noch weihnachtlicher sein können. Oder ins Petrolfarbene. Das ist ja meine Farbe. Aber alles Geschmackssache. Ich sehe schon, die 24 ist riesig. Das alles ist die 24. Das ist mir mal gespannt. Und nun, erster Adventskalender. Ich mache ihn auf. Ich mache das mal hier so. Geht, glaube ich, am einfachsten. Oh, nee, geht es nicht. Die Zahlen sind super schwer zu erkennen. Eieieiei. Okay, wartet. Das ist die 1. Mal schauen, wie gut ich das schaffe. Die sind wirklich nicht gut. Oh, geht aber sehr leicht auf. Als erstes haben wir, was war ich hier, Serenity Legend, aromatisches, ach Bodylotion von 417 oder 417. Ich denke gerade an das Kölschwasser, aber es ist nicht. Eine Bodylotion. Wir riechen mal. Ich glaube, es könnte gut riechen. Das könnte sogar unisex sein. Ich mache mal das Ding ab. Hier ist so ein kleines Bippelchen. Wenn ich finde, wenn ich es herausfinde, bekommt ihr von mir jeden Preis eingeblendet, damit wir einen Gesamtwert haben am Ende. Weil wir wissen, dass er regulär knapp 60 Euro kostet. Mal schauen, ob ich es denn kriege. Oder ob hier spezielle Sachen drin sind. Doch. Die riecht aber frisch, aber edel. Und es könnte auch, also für mich könnte das auch für Männer gehen. Da ist was herbes, scharfes dabei. Irgendwie cool, irgendwie gut. Irgendwie, ich würde das andere Wort sagen, bin da schnell zu cool rüber gegangen. Gefällt mir. Doch, das hat was. Ich mache es mal wieder rein. Oder? Ich stelle es euch hin. So, ganz spontan entschlossen. Das gefällt mir schon mal gut. Eine Bodylotion, habe ich sie euch gezeigt. In 25 Milliliter. Okay, die Haare kommen wieder nach vorne. Oh no! Oh, seht ihr was? Ich sehe nichts. Haben wir eine 2? Hier ist die 3, merken wir uns schon mal. Nummer 2. Schwer zu finden, aber dafür hoffentlich leichter zu öffnen. Jawohl, hier haben wir Amonde Mandel von L'Occitane. Milchkonzentrat. Also Mandelmilchkonzentrat. Auch eine Bodylotion. This Melt-In-Cream will soon become your new must-have for hydrated and supple skin, while helping it to look firmer. Also auch eine Bodylotion, ihr Lieben. Das steht auch für den Body. Ich kriege sie gar nicht auf. Aber sie riecht nach Mandeln. Sie riecht sehr mandelig. Eine Körpermilch. Also keine Bodylotion, sondern eine Körpermilch. Okay. 20 Milliliter. Okay, es sind kleine Größen. Mal schauen, ob ich da Preise rauskriege. Ich gehe hier ein bisschen raus aus dem Bild. So. Ah, keine Bodylotion. Autsch. Autsch. Das war die Fingernagel. Vegan. Hypoallergenic. Ein Lip Balm. Das finde ich gut. Wahrscheinlich haben wir alle viele Lip Balms, aber ich mag es auch. Mit Lichtschutzfaktor 25. Allergie getestet. Hypoallergenic. Das ist eine gute Firma. Der sieht ganz normal aus. Riecht leicht süß, aber eher neutral. Oh, und ist schon kaputt. Oh nein. Aber wenn man vorsichtig ist, dann geht es. Okay, alles gut. Ein Lippenbalsam. Also wie so ein Lippenpflegestift. Steht hier drauf, wie viel drin ist, aber es ist eine normale Größe. Der ist nicht klein, aber es ist normal. Dann haben wir... Oh Leute, das ist ja doof. Fünf merken wir uns schon mal. Da oben ist die vier. Oh, da muss man richtig gute Augen haben. Also ich glaube, das ist nicht so ein Kalender für Mamis. Uuuuh. Uuuuh. Also wenn eure Mami schon ein bisschen älter ist, ist das wirklich schwer zu sehen. Wir haben hier von Moroccan Oil. Marokkanisches Öl. Haaröl. Für alle Haartypen. Sassi, das liebst du doch. Das, Sassi Kind, schwärmt für dieses Haaröl, für diese Marke. 10 Milliliter haben wir hier. Kleine Menge im frisch feuchten oder trockenen Haar verteilen. Anschließend wie gewohnt frisieren. Das ist... Hier steht schon drauf hinten Probe. Also sind das wahrscheinlich alles Probegrößen. Ja, außer der Labello. Ich schau mal. Wenn ich einen Preis finde, schreibe ich es hin. Und wenn nicht, dann können wir nur schätzen. Sehr cool. Das freut mich. Die riechen auch toll. Das ist was Schönes. Und ich weiß, dass das viele mögen. Jetzt gehen wir in die Nummer 5. Nummer 5... Oh, da ist schon was drüber gerutscht. Aber nur ein bisschen. Ein Revlon Produkt. Revlon. Eine Feuchtigkeitsmaske. Aber für die Haare, ne? Powered by Skincare. Ich habe mich gerade gewundert. And Hair Experts. Moistur Rich Mask Hydration. Aber 30 Milliliter. Ihr Lieben, ich zeige euch das so erstmal von Revlon. Das ist doch für die Haare, oder nicht? For Dry Hair. Für trockene Haare. Das wird weiter wandern. Trockene Haare habe ich nicht. Im Gegenteil. Ich bin froh, wenn sie trocken sind. Da gehen wir direkt auf Nummer 6. Die ist groß. Schaut mal. Nummer 6 ist groß. Oh. Was haben wir da? Veleda. Ist so ein Standardprodukt, sage ich mal. Aber ist gut. Es ist jetzt keine seltene Marke, was irgendwie mal was Besonderes ist, wenn es drin ist. Aber es ist gut. Eine Aroma Creme Dusche. Oh. Sternanis, Vanille und Lemon. Das mag ich bestimmt. Oh. Also weihnachtlich. Sternanis und Vanille. Und dann noch Lemon dabei. Zitrone. 200 Milliliter. Das ist eine Dusche, habe ich das gesagt. Eine Aroma Creme Dusche. Ich mag die. Ich krieg's jetzt nicht auf. Ist auch zugeschweißt. Gut so. Hebe ich mich für Weihnachten auf. Ist ja auch so gedacht. Da riecht nichts. Riecht bestimmt richtig gut. Ist eine Limited Edition. Ich bin schon mal begeistert. Was haben wir denn jetzt? Was für ein Körper. Was für die Haare. Was für die Lippen. Dusche. Ja. Mal schauen, ob wir noch Kosmetik dabei haben. Dekorative Kosmetik. Ich weiß es gar nicht. Nummer 7. Jetzt haben wir das erste Parfum. In der Nummer 7. Warte mal. Hier ist wieder was rüber gerutscht. Autsch. Geht zurück. Uh. Ich weiß jetzt nicht was herkommt. Okay. Wir lassen es erstmal. Ein richtig süßes Flakönchen. Ich zeig's euch mal so, damit ihr raten könnt, was es ist. Wer kennt sich aus und weiß es? Ariana Grande. Uh. Okay. Es riecht bestimmt wieder sehr schwer oder blumig. Ist dann nicht meins. Oh. Vorsichtig. Es geht so auf. Also da ist kein Deckel mehr. Was bist du denn? Spannend. Frisch. Schon blumig. Aber frisch. Und. Ist da Safran mit drin? Aber ganz wenig. Aber riecht gut, glaube ich. Ich denke es riecht gut. Ich weiß nicht, ob es auf Dauer zu viel wird. Aber wenn man da nur so einen Tropfen von nimmt. Das riecht nicht schlecht. Was sagt ihr? Das ist jetzt nicht viel. Wie viel haben wir denn hier? 65 Milliliter. Aber für alle, die Parfüm-Miniaturen mögen. Schon cool. Schon cool. Okay. Ist ja auch Parfüm-Dreams. So. Nummer 8. Mal schauen, ob sie kracht. Nummer 8. Sagt. Kracht. Was gehört da nicht rein? Oh oh. Hier ist was gerutscht. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Okay. Also ich sage immer, hier ist was gerutscht. Aber das sind auch nur Sachets, die rutschen. Also in einigen sind dann vielleicht zusätzlich hier Sachets drin. Oh. Oder nur Sachets. Schauen wir mal. Aber diese großen Sachen sind echt fest drin. Hier haben wir Nummer 8. Melvita. Damask Rose Floral Water. Rosenwasser. Hm. Ich werde jetzt mal... Doch, ich rieche gleich mal dran. Aber das ist nichts für mich. Ähm. Ja. Rosenwasser, Rosenwasser, Rosenwasser. Was macht man mit Rosenwasser? Ist das für die Haare? Für die Haut? Macht was ihr wollt damit. Ich werde es nicht behalten. Ich rieche nichts. Muss jetzt auch nicht sein. Ähm. Wir haben 28 Milliliter. So sieht es aus. Eine kleine Größe. Das ist Plastik. Kein Glas. Okay. Nummer 9. Richtig? Nummer 9. Nummer 9. Nummer 9 bringt uns... Huch! Und da ist es wieder. Wieder Revlon. Ähm. Ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Das ist eigentlich das Beste an diesen Auspackvideos. Die Gesichter, wenn es nicht aufgeht. Revlon Unique One All-in-One Shampoo. 10 Benefits. 100 Milliliter. Ein Shampoo. Welche Benefits haben wir denn da? Für professionelle Ergebnisse. Ja, aber ihr kennt das bestimmt. Wenn ihr euch auskennt und tolle Haare habt, dann kennt ihr das bestimmt. 10 in einem Shampoo. Pflegt für den Haarwachstum. Entfettet. Hydratisiert. Ich habe keine Ahnung. Ein Shampoo. 100 Milliliter. Okay. Nummer 10. Die erste zweistellige Zahl. Kommt, sobald ich sie gefunden habe. Ganz klein. Ganz klein. Und wir haben einen Tiegel. Jetzt habe ich ihn aufgedreht. Meine Güte. Ein kleines Tiegelchen von Drunk Elephant. Nein, ich habe noch nichts von Drunk Elephant. Schaut mal da ganz klein. Und zwar eine Creme. Und zwar eine Creme. Poly. Was? Polypeptide. Mhm. Eine Gesichtscreme. Die müsste da an Feuchtigkeitsspenden sein. Riecht nach nichts. So sieht sie aus. Die werde ich sehr gerne ausprobieren. Ich habe noch nichts von Drunk Elephant ausprobiert. Möchte ich aber sehr gerne. 5 Milliliter sind hier drin. Ah, Facial Moisturizer. Ja, bitteschön. Spannend. Spannend. Da freue ich mich, dass ich es ausprobieren kann. Ist nicht viel. Es ist halt wirklich nicht viel. Aber wird getestet. Dass hier keine riesen Sachen drin sind, war uns schon klar. Jetzt gehen wir auf die Nummer 11. Und... Oh Leute. Da. Oh, die ist wieder groß. Das sieht nach einer Tube aus. Gucken, ob es was anderes ist. Es ist ein Duschgel von S.Oliver. Ich habe da schon ein paar von. Aber ich glaube, es ist eine andere, oder? Scent of You for Women. Ich glaube, Scent of You habe ich nicht. Riecht es wie alle anderen? Oh. Riecht gut. Riecht... Ich werde es irgendjemandem schenken. Es ist S.Oliver. Da freuen sich viele drüber. Es ist ein klassischer S.Oliver Duft. Ich habe davon noch zwei. Also zwei größere. Und es ist auch eine andere Sorte. Aber für mich riechen die alle sehr ähnlich. Bitteschön. Wir haben hier... Wie viel? 75 Milliliter. Genau. Duschgel. 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 Ich wollte gerade sagen, Duschgel geht immer. Ist aber auch schon das zweite. Wobei das andere war eine Limited Edition. Die finde ich schon echt cool für den Adventskalender. Ich gucke euch nicht an, weil ich suchen muss. Ach, da. Oh Gott. Oh Gott. Revita Sun. Sommer auf der Haut. Jetzt haben wir hier so ein Pröbchen. Marula Oil. Oh. Gesichtsöl mit Lichtschutzfaktor 30. Wie cool. Ich drehe es euch mal ein bisschen hin. So. Ein Marula Öl mit Lichtschutzfaktor. Sehr, sehr, sehr cool. Da habe ich Bock drauf. Oh. Ich liebe Öle. Gesichtsöle. Und dann noch Lichtschutzfaktor. Was mache ich denn mit dir? Bei Öle. Gesichtsöl trage ich eigentlich abends auf. Das muss ich ja morgens auftragen. Regenerierend. Feuchtigkeitsspendend. Reparierend. Hoher Gehalt in Antioxidantien. Wissenschaftlich belegt. Auch gut. Kann alleine verwendet werden. Als Zusatz zu ihrer täglichen Pflege. Oder als Primer zu ihrem Make-up. Das werde ich ausprobieren. Und es ist Fairtrade. Handverlesen. Kaltgepresst. Kaltgefiltert. Nachhaltig. Als Primer. Ich werde das ausprobieren. Meine Haut ölt ja sehr nach. Heißt, ich bin um alles froh, was matt ist. Auch als Primer. Ein Öl als Primer zu benutzen widerspricht mir irgendwie so auf allen Ebenen. Aber vielleicht teste ich das mal. Vielleicht teste ich das mal. Weil Öl eigentlich meiner Haut ja gut tut. Aber ich mache das dann halt meistens nachts, weil ich Angst habe, dass es tagsüber so ölt. Nummer 16. Nee, Quatsch. Oh, Nummer 13. Komm, wir machen mal langsam. Oha. Nummer 13 ist wieder ein kleines Parfüm von Versace. Dylan Purple haben wir hier drin. Das sieht schon aus. Komm, wir machen mal auf. Meine kleinen Parfüm-Liebhaberinnen. Oha. Oha. Da ist sie. Die Aladins Wunderlampe. Und hier sehen wir. Hoch, wie rum bist du denn? Wartet mal. Ist ganz schön klein da. Das Versace-Logo. Klassisch, ne? Wollen wir riechen? Ich vermute, es riecht wieder sehr stark schwer. Aber wenn es sie nicht. Ja, wahrscheinlich. Ne. Auch so zitrisch. Mag ich gerne. Oh, behalte ich. Ich glaube, das behalte ich. Wo ich eigentlich auch so richtig Bock habe auf so, ich sage immer warmes Brot-Düfte. Die so nussig und nach warmen Brot riechen und so gemütlich und weich und warm. Aber das ist auch gar nicht schlecht. Kennt ihr den Duft? Dann gebt mir mal Bescheid. Ich finde das ganz schön. Wobei ich es nicht mit Winter verbinde. Ich verbinde Winter vielleicht so eine Weihnachtsfeier oder so. Abends, ne? Okay, okay, okay. Ein Parfüm! So. Nummer 14. Hier kommen bestimmt noch mehr Parfüms, ihr Lieben. Nummer 14. Denn wir sind hier bei Parfüm-Dreams. Hier ist wieder ein Sachet davor. Aber dasselbe von vorhin. So viele sind es also nicht. Ein... Autsch! Shampoo. Ava Pui. White Ginger. Mit Keratriplex. Also verschiedene Keratine. Aber auch feinlich. Wird weiter wandern. Das greift ein bisschen die Farbe an. 50 Milliliter haben wir hier drin. Repair Moisturizing Leather Shampoo. Ultrareichheitig. Farbschutz. Ach so. Dann habe ich das auch falsch. Kenntbarkeit. Keratin. Proteine. Regeneriert und repariert. Für gesund aussehendes Haar. Hier steht jetzt nichts mit. Aber Farbschutz. Also wahrscheinlich extra, weil das Keratin sonst angreift. Okay. Haben wir das hier. Na gucken, ob ich es benutze. Ich brauche ja auch einen passenden Conditioner dazu. Upsi. Das war da so ein Upsi. Und dann Nummer 15. Direkt daneben. Dankeschön. Der Rest vom Sachet. Wo gehörst du denn hin? Das Problem ist, der ist hier richtig festgeklebt. Ich nehme es mal raus. Wir gucken gleich mal. Okay. So. Wir haben Ahava. Time to hydrate. Wieder ein Moisturizer. Also wir sind auf jeden Fall mit Feuchtigkeit gut versorgt. Für die Haare. Für das Gesicht. Da haben wir gut was hier. Für normale und trockene Haut. 15 Milliliter Tagespflege. Ja. Genau. Ahava mag ich aber. Hat sich das gereimt? Nee, nicht richtig. Das riecht schön. Das riecht wie frisch gewaschen und sauber clean und fröhlich. So riecht das. Sehr schön. So. Das war die 15. Nun folgt die 16. Richtig liebe Kinder. Schauen wir mal. Mir wird hier schon warm. Das ist richtig anstrengend. Und ich krieg's nicht raus. Ich glaub es ist ein Nagelack. So sieht's bis jetzt aus. Aber er wird schon leichter. Eine Pinzette, eine Nagelfeile. Ich krieg's nicht raus. Es ist von Alessandro Spa ein Nagehärter. Express Nagehärter. Ach jetzt. Da wird ein warm. Seht ihr? Da, bitteschön. Ein Express Nagehärter. Den werde ich behalten. Ich hab da gute Erfahrungen mitgemacht. Meine Nägel vertragen das ganz gut, wenn ich da Nagehärter drauf mache. Dann werden sie auch mal länger. Und wir haben, ich weiß nicht wie viel, doch 5 Milliliter. Also der ist durchsichtig. Das ist jetzt nur auf die Masse. Sieht's halt weiß aus. Aber der ist wahrscheinlich durchsichtig. Nummer 17 ist richtig klein. Eine Barbour-Ampulle, ihr Lieben. Oh Gott. Hätte ich sie gleich noch zerbrochen. Das wär's. Eine Perfect Glow Barbour-Ampulle. Die werde ich ausprobieren. Ich dachte, letztes Jahr zum Geburtstag, vorletztes Jahr, habe ich eine Person eine Barbour-Box zusammengestellt. Und dachte so, der freut sich richtig drüber. War ich der Meinung, weil sie mochte das mal. Hat sich nicht so gefreut. Und dachte, ja okay, gut, danke. Und ich dachte so, die schönen Barbour-Produkte, die stehen jetzt wahrscheinlich irgendwo in einem Badschrank. Also werde ich diese Ampulle benutzen. selbst benutzen und nicht verschenken. Passt du hier hin? Darf nicht runterfallen. So, wird langsam voll, ne? Nummer 18. Zieht wieder aus der Tube. Nix! Oh! Ein Nix-Produkt. Das hatten wir doch gerade. Hatte ich die nicht gerade, ihr Lieben? Wartet. Ja, aber so ähnlich. Fast. Ich hatte sie gerade in meiner Look Fantastic Box. Da oben ein bisschen. Verlinke ich euch. Und jetzt haben wir Medellons Lift. Eine straffende Gesichtscreme. 15ml. Klassischer Nix-Duft. Habe ich schon dran gerochen. Wird ja jetzt genauso riechen. Jetzt mache ich es doch nochmal. Ja. Ziemlich stark tatsächlich parfümiert. Die soll aber glaube ich ein bisschen mattieren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die sind glaube ich relativ neu. Probieren wir aus. Probieren wir aus. Nix ist immer gut, ne? Also es sind gute Marken drin. Ja, es sind kleine und große. Aber es sind echt gute Marken drin. Ahava. Hier ist noch ein Sashé. Ich packe die erstmal zur Seite. Falls sie irgendwo fehlen. Ahava, Barbour, Beleda, Nix, Versace, Moroccanoil. Richtig cool. Jetzt haben wir Nummer 19 Primavera. Eugenics Skincare. Alles Liebe Handcreme. Eine Handcreme mit Rose und Mandarine. Was ist das jetzt? Ist das jetzt gut oder nicht? Rose ist so gar nicht meins. Und ich liebe Mandarine und so Zitrisches, ne? Da müssen wir mal dran riechen. 50 Milliliter. Jetzt wird es spannend. Ah, ist zu. Kann ich irgendwas riechen? Ja, sonst muss ich es jemandem schenken, der mir vertraut. Auch wenn es schon auf ist. Flutsch. Da sehe ich gar nichts. Wartet mal. Voll Risiko, ne? Wenn es jetzt nach Rose riecht, dann habe ich sie auf die Hand gemacht. Ich rieche nichts. Oh doch. Ach, mehr Mandarine. Gott sei Dank. Aber vielleicht entwickelt sich das, ne? Also jetzt gerade ist es ziemlich wachsig. Also es lässt sich ziemlich schwer verreiben. Reicht auch nicht für beide Handrücken. Mehr Mandarine. Gott sei Dank. Es riecht mehr nach Mandarinenöl. Tatsächlich so Duftöle von Mandarinen. Rose ganz wenig. Im Hintergrund kommt es. Aber mehr Mandarine. Verbinde ich aber auch nicht mit dem Winter. Eher so Frühling. Okay. Eine Handcreme. Aber die ist wirklich ziemlich wachsig. Ich glaube, leichte Rezeptur. Schmeiche Deinen Händen mit der Pflanzenkraft aus Bio-Mandelöl. Das rieche ich gar nicht. Nee. Pua-Kuh-Butter. Und Macadamia-Nussöl. Ich rieche nichts Nussiges. Okay. Die ist sehr reichhaltig. Also ich glaube für sehr trockene Hände ist die super. Für so richtig rissige Hände wie im Winter ist das gut. Da brauchen wir eine reichhaltige Creme. Das macht schon Sinn. Weiß bitte noch jemand, bei welcher Nummer ich war? 19? 19, ne? Dankeschön. Habe ich gehört. Nummer 20 ist groß. Nummer 20. Jetzt kann ich ihn auch mit einer Hand nehmen. 20, ne? Sind wir schon kurz vor Weihnachten. Was haben wir denn da? Advanced Elizabeth Arden. Wir haben Daily Youth Restoring Serum. Ceramide Kapseln. Die sind da. Ach so wie cool. Ich dachte schon, wir haben hier eine ganze Flasche mit dem Serum aus den Kapseln. Aber nein, hier sind viele Kapseln drin. Schaut mal. Bitteschön. Wie viele sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kapseln. Ja. Und es steht auch drauf. Ja, ich kann es hier hin. 3,2 Milliliter. Regenerierendes Serum für die tägliche Anwendung. Rein, wirksam, präzise. Die legendären Kapseln. Für die Anti-Aging Wirkung. Feuchtigkeitsbarriere. Schützen die Haut vor Hautalterung. Sehr cool. Für Dekolleté und Gesicht. Ja, vergesst nicht euer Dekolleté. Ich gehe immer noch runter. Und Heiz und Dekolleté sind wichtig. Die werden nicht vernachlässigt. Sehr cool. Nummer 20. Ich finde, wir haben eine schöne Abwechslung. Also dekorative Kosmetik wissen wir jetzt ist raus. Aber finde ich nicht schlimm tatsächlich. Und nein, die 2 habe ich schon aufgemacht. Da! 21. Die Haare verlieren auch an Halt. Mir wird einfach warm. Das Volumen geht raus. So, so, so. Leute, hier kommen Marken. Shiseido. Ey, ich sag euch was. Guckt mal bitte. Shiseido. Wir haben 15ml davon. Ach, auch eine straffende Krautkleen. Feuchtig fett spendende Straffende. Ach, sieht das süß aus. Das ist nicht groß, ne? So, bitteschön. Shiseido. Oh, sehr cool. Ich muss mal kurz ihr riechen. Ich bin schon so... Ich weiß jetzt nicht, ob ich es lang genug gezeigt habe. Es tut mir leid. Das sieht so Aprikosenfarben aus. Da freuen wir uns. Das ist dann richtig so ein kleines Treatment. So 21. Machst du morgens auf. Die benutze ich heute. Oh, wie schön. Eine Lifting Cream. Also straffende Hautcreme. Könnt ihr als Tagescreme benutzen. Hier steht aber auch drauf. Sample not for sale. Wir schauen mal, ob wir einen Gesamtwert rauskriegen am Ende. Aber da sind Marken dabei. Also auf jeden Fall. Festigende 24 Stunden Creme. Straffende Festigende 24 Stunden Creme. 22. Jetzt fange ich an mit den Haaren hier zu wischen. Das Witzige ist, ich habe mir sogar einen Ventilator geholt. Für so warm. Und der steht bei so warm. Bei meiner Tochter. Auf ihrem Schminktisch. Bist du? Oh nein, nein. Bist du Bescheid. Ein Parfüm. Und zwar von Narciso Rodriguez. Wo pack ich dich denn mal? Wie siehst du hier? Oh, da kommt vielleicht mal Luft an mich ran. Masque Noir. Das ist eins meiner liebsten Parfüms. Das habe ich euch schon mal erzählt. Aber ros. Also wohl mit Rosennote. Wir schauen mal. Das ist so ein Reaktionsglas. So sieht es aus. Wie seht ihr das denn am besten? Gar nicht so gut. Okay. Doch. Aber es ist so deftig dabei riecht. So holzig. Da ist Rose dabei. Oh nein. Auf mir riecht es anders. Habe ich gerade was anderes gerochen? Die Handcreme? Ja. Bei mir riecht es mehr nach Rose. Ja, es riecht sehr erwachsen. Sehr nach Dame. Nach Dame. Und schwer. Mal gucken, wie es ist, wenn es sich verzieht. So ein bisschen. Wie unterschiedlich das riechen kann. Also ihr müsst eigentlich wirklich Düfte auf eurer Haut testen. Weil das... Ja. Ich zieh mir gleich die Haare zu bergen. Es riecht nicht schlimm. Aber es ist nicht mein Gift. Sehr ladylike. So. Okay. Dann nicht. Dann haben wir Ende 23. Hier unten. Vorletzter Tag. Vorletzter Tag. Ein Tag vor Weihnachten. Haben wir alle Geschenke zusammen. Haben wir alles für morgen bereit. Morgen ist Heiligabend. Und heute entspannen wir uns noch ein bisschen zwischen dem Stress mit Sensei. Augen-Treatment. Wir haben was für unsere Augen. Und zwar... Jetzt habe ich hier diesen Rosenluft die ganze Zeit. Oh Gott. Das ist die Verpackung. Das ist das Produkt. Achtung. Hatten wir noch was kleines hier. Drunk Elephant. Okay. Mal sehen, was ich lesen kann. Melty Rich Eye Cream. Wie cool. Eine Augencreme. 1,5 Milliliter. So. Jetzt stellt euch vor, es wären 20 Milliliter. Jetzt sind es 1,5. Ich guck mal. Ich mag Augencremes. Oh Gott. Wie süß, ne? Die schimmert so ein bisschen. So wie ich mittlerweile. Nicht nach nichts. Werde ich ausprobieren. Melty Rich Eye Cream. Die ist schön für nachts. Oh nein. Da sind zwei Produkte drin. Noch was? Wartet. Ne. Noch was. Refreshing Eye Essence. Ach nein. Wie cool. Dann ist das für morgens zwei Milliliter. Ach wie cool. Das mache ich. Passt auf. Ich benutze das abends. Sensei Melty Rich. Also eine schmelzende, reichhaltige Augencreme. Die kommt abends drauf. Und morgens das Refreshing Eye Essence. Also das könnt ihr quasi wie ein Serum. Also das könnt ihr dann unter die Augen tröpfeln. Das erfrischt und hilft. Und dann passend dazu abends die Augencreme. Richtig cool. Yes. Dankeschön. Sehr cool. Deshalb ein Total Eye Treatment. Vielleicht machen das auch Leute unterschiedlich. Also beides nacheinander einziehen lassen. Ne. Ich mache es aber so. Ist beschlossen. Und jetzt kommt die 24. Achtung. Ich mache mich mal eben bereit. Dankeschön. Riesengroß. Was haben wir hier drin? Klassisch für eine Palette. Aber nicht hier. Parfum Dreams. Nr. 1. 2. Doch! Das gibt es doch nicht. Wusstet ihr das? Wie krass. Wusstet ihr das? Okay, passt auf. Wir fangen mal an mit. Wie cool ist das denn? Ein Duschgel von Tony Gard. Ich wusste nicht, dass Tony irgendwas macht in die Richtung. My Honey. Könnte süß riechen. Es ist zu... Aua! Schweißt. Aber das machen wir jetzt mal. Duschgel. Ich muss nochmal überlegen, ob es jetzt eine Bodylotion ist. Oh, es glitzert. Seht ihr das? So ein bisschen. Ja, es riecht wie das Oliver. Ist ja nicht schlimm. Also ist aber jetzt nichts krass besonderes. Obwohl da ist was Beeriges noch dabei. Steht hier irgendwas? Jetzt wird mir warm, Leute. Jetzt geht's los. Augenkontakt vermeiden. Nicht mit mir mit dem Duschgel. So. Nächstes Mal hole ich mir die Ventilator früher. Und hier seht ihr meine Babyhaare. Auch schön, ne? Wenn ich das Öl benutzt habe, dann sind sie nicht mehr da. 150 Milliliter. Sehr cool. Und dann aber noch dazu eine Catrice Palette. Und ich habe noch keine von denen. Ich weiß, es ist so ein Standardprodukt. Jeder hat irgendeine. Das ist die Lavender Breeze. Gab es nicht auch eine, die nur Lavendel ist? Die mochte ich nämlich nicht so. Aber wir schauen mal. So nach hinten ist doof, ne? Oh, jetzt hier beim letzten Produkt macht sie so ein Theater. So sieht die aus. Eine richtig schöne Alltagspalette. Catrice, die Pro Palette. Da gibt es viele verschiedene von. Spannend. Hätte ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Weil wir im Parfümdümskalender sind. Wir haben kein kosmetisches Produkt. Also Dekorative Kosmetik. Aber... Wie viel sind das denn? 10,6 Gramm. Ja, okay. Interessiert eigentlich keine. 2, 4, 6, 7, 14 Farben. Mal gucken, ob ich die behalte oder weitergebe. Eigentlich ist sie gar nicht schlecht, ne? Leute, noch eine kleine Überraschung zum Schluss. Und dann sind hier jetzt noch die zwei Sachets, die mir immer um die Ohren geflogen sind. Die waren dann einfach extra drin. Einmal von Hey. You must have for glowing skin. Eine Maske. Second Skin. Ach, eine Sheet Mask ist das von Hey. Ich hatte bis jetzt glaube ich nur Pulver. Eine Sheet Mask von Hey. Und... Augenpelz. Ach cool. Von Anne-Marie Borland. Wow, krass. Leute. 2 Augenpelz. Für jedes Auge eins. Ich guck mal. Ne, sieht gut aus, ne? Das war's. Da ist er. So, was sagen wir? Ich bin fertig hier. Das ist unser Inhalt. Ich hab's mal versucht zusammenzurechnen. Das seht ihr jetzt hier. Mal schauen, wie mein Ergebnis ist. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Da waren ja Magen dabei. Es sind einige Samples dabei. Proben. Was ich aber nicht schlimm finde. Gerade wenn ihr vielleicht auch selber einen Adventskalender befüllen wollt. Kauft euch den jetzt schon. Da ist ja einiges dabei. Für Parfümliebhaber. Body-Lotions. Verschiedene Düfte. Rose, aber auch Mandeln und so. Weihnachtlich. Für die Haare. Fürs Gesicht. Für den Körper. Ich finde ihn gut. Alles dabei, ne? Sogar die Lippen wurden gepflegt. Lippenpflegestift haben wir. Wir haben krasse Marken. Ich muss noch mal sagen. Wir haben Elisabeth Arden. Wir haben Revlon. Wir haben Nyx. Ich guck euch mal an. Wir haben Annemarie Borland. Wir haben Barbour. Wir haben Harm. Genau. Wir haben Maroccon Oil. L'Occitane. Drunk Elephant. Ahava. Ja, Leute. Ich freu mich. Das erste Mal, dass ich den geholt habe. Von Parfüm... Ist vorbei. Von Parfüm Dreams. Ich finde es richtig gut. Ich freu mich. Auch wenn kleine Größen dabei sind. Was sagt ihr? Aber es ist halt ein Adventskalender, ne? Yippie! Oder war es euch zu wenig Parfüm? Das kann auch sein. Wenn ihr sagt, von Parfüm Dreams zu wenig Parfüm, dann schreibt mal. Ich bin gespannt. Und das war er. Mein riesen Adventskalender. Mein erster in diesem Jahr. Mal schauen, wie viele es noch werden. Der kommt jetzt weg. Wir haben hier Pappe. Das ist Plastik. Der muss also auseinander genommen werden. Und jetzt schauen wir nochmal auf die Rückseite. Ja. Alle einzelnen Produkte aufgezählt mit Inhaltsstoffen. Das heißt, da könnt ihr immer nachschauen, wenn ihr irgendwo nicht sicher seid. Sehr, sehr cool. Wenn ihr noch irgendeine Frage habt, die ich irgendwas vergessen habe oder so, sagt mir Bescheid. Schreibt mir in den Kommentaren. Antwort kommt. Und jetzt bin ich raus. Ich brauche einen Ventilator. Bei euch ist vielleicht Dezember. Bei mir ist heißer September. So. Was sagt ihr dazu? Ich muss eure Meinung hören. Wenn ihr das nicht macht, ich sehe euch. Dass ihr da nicht reinschreibt. Also, ich freue mich auf den Kontakt mit euch. Kontakt mit K. Und das zeigt, ich muss aufhören zu reden. Am Ende hört ihr keine mehr zu. Dann kann ich sagen, was ich möchte. Super Kali-Frage. Lissig. Lasst euch nicht ärgern. Ich hör auf. Tschüss.